Oh, wir haben ein Match gefunden in drei. Zwei. Nein, du musst... Mann, dieser scheiß CSGO-Server, das dauert immer so lange. Uah! Ganz schnell, dass es zusammen... Achtung, wir waren alle so ganz überrascht. Drei, zwei, eins. Was? Okay. Sneeze, du bist so insane. Oh, Piz. Alles drin, außer... die Niederlage. Da kommt vielleicht mein Rank? Man weiß es nicht, wird's crank? Äh, Leute, warum ist es fair auf K? Hä, hä? Oh, ich glaube, Yakuza ist kacken, ne? So, wer sagt an, Larry? Alles klar. Nein. In Deutschland sagen wir, ist das mit X? Äh, war wohl nix. Mitte weg. Dieser Mann ist auf Feuer. Ich zerschieße ihm die Eier. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Nice. Hallo da. Das ist so, Larry, das war... Knapp. Zwei, Gary. Don't die, man, don't die. Eins. So letzter B, oder wie? Ja. Das ist so, man. Einer ist Headshot. Komm zurück, der AK. Zwei, äh, zwei Meter. Wo ist die Bombe hin? Einer noch Headshot. Da ist auch einer. Ja, wenn du musst... Ich hab den B-Kill. Ach, B-Swipe. Die gehen B. Ja, die rushen mich. Einer weg. Ich seh nichts, ich seh nichts. Ja, er kommt und zieht die. Ist Event offen? Weiß ich nicht. Er ist weg. Hey, hallo. Wo? Wie wittig? Hey, Mama! Allerian, wichtige Frakes. Hast du gut aufgemacht. Dankeschön, Larry. Ich hab mich getraut. Es hat funktioniert. Ich konnte dominieren. Du hast nicht getraut. Ich hab auf dein Vertrauen gebaut. Mhm. Sagt man das so? Ja, du hast vollkommen auf mir gebaut. Das war schön. Ich hab nicht gebaut. Ein befriedetes Grundstück. Ich bin fett. Komm, Bö. Äh, eine. So, Jungs, super, super. Ist weg. Sehr schön. Wie auch immer, der drauf war, aber schön. Larry, gut gemacht. Egal, wie der drauf war. Auch sehr. Nein, ich glaube, er meinte die. Nein, ich meinte deinen, Jan. Hä? 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 Jo, 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 ich dachte ganz kurz. Oh, der kommt durch. Danke. Mate, hast du den hinter mir? Ja, er ist tot. Soll er B gehen? Auf A, okay. Ja, aber er versteht nicht, warum ich das gesagt habe. Mate. Oh, Gott, durchs Willen. Hallo, White. White ist weg. Oh, mein Name. Nice. Wir haben zwei Kills auf Mitte. Oh, nasty. Das ist aber kritisch. Bebeet mich nicht. Bitte, bitte. Das ist aber sehr mutig. Nice. Ja. Onside, onside. B, onside. Ja, und deine Hürden. Ah, jetzt biegt der, der Habibi. Juna ist immer noch durch. Ah, ich kann mich nicht schicken. Nice, nasty. Wir haben B, wir haben B. Ich hole die Bombe, nasty. Ich brauche aber kurz. Ah, scheiße. Ja, wir gehen nach. Wir gehen nach. Letzter ist B. Ich gehe ganz chillig hier auf dem Plant und dann soll der ruhig mal was machen. Okay, Jakuza. Ja, cool. Ruhig. Ruhig. Ich Mollica. Highway müssen noch einer sein. Pass auf. Ich smoke. So ein bisschen Highway. Ich flash Highway. Und ich flash K. Ich habe sehr hoch geflasht. Oh Gott. Pass auf. Hände schon close links. Der war einfach zu nah schon. Ich bin voll nasty. Seid ihr im Vent drin? Ja, ah. Er hat mich eine Millisekunde davor gekillt. Er ist wahrscheinlich bei der Quest. Ich Mollica. Ja, Heaven. Oh mein Gott. Ich bin so dear. Ich habe Quad nicht geguckt. Oh, bitte. Ist bei Quad keiner. Bitte, 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 bitte. Nice. Sehr schön, Jakuza. Vent, einer. Vent, vent. Ich bring die Bombe mit. Nice, Jungs. Letzter mit. Ich flash. Nice. Guter Flash. Dann habe ich auch gehittet. Wirklich? Guter Flash? Nein, der hat mich ein bisschen irritiert. Aber ich habe, glaube ich, dadurch nur getroffen. Ich würde auf A gehen. Ich würde Kopf rausgucken. Ja, auf A. Ah, ist schon voll. Sorry, Larry. Jakuza und ich sind da schon. Ja, zu dritt. Das ist eine neue Taktik. Also, glaube ich nicht. Einer raus. Zwei bei Yellow. Drei raus. Wow, 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 wow. Nice, Larry. Ah, der ist noch bei Yellow. Das ist noch eine Millisekunde früher, Alter. Mein kleiner Bärlauch. Nice. Richtig und richtig. Larry. Nice, cheat. Meinen sie, schreiben sie. Pass mal auf, wir haben wahrscheinlich wieder eine Goldloby. Lobby. Ich kriege ihn nicht, ich kriege ihn nicht. What? Hat dich auch gekriegt, Larry? Aber ich wusste nicht mehr, dass er da ist. Ich dachte, er wäre da bloß. Glaubst du, ich schieße auf den Geist, oder wie? Ich dachte, das wäre deine... Meine fünf Minuten. In Germany we say, ähm... Kork. Unmöglicherweise mit dieser Runde aufzuhäben. Ah, fuck. Das sagen wir tatsächlich in Germany. Larry, bitte, Larry, bitte, bitte. Ja, jetzt atmen wir erst mal tief durch die Hose. Das ist der Kollege Schnürschuh. Ja, Kollege Schnürschuh. Also Larry, das ist ja die Fahrer. Ein Leiter Main. Aua. Aka, right side. Ich weiß nicht, für diesen Backsit. Larry, wie bitte? Noch eine, noch eine. CT. Die wollen die mich. Dreckig schon vor eine. Jan. Nein. Bitte. Oh, Larry, das war nice. Der war direkt gefocust auf dich. Das war total gut. Ja, Bombe B, ich komme rüber. Nein! Ich werde die Runde jetzt AWP auf A spielen. Bombe B. Incoming. Sehr schönes Noise. Was glaubt ihr, was die für Ranks haben, die Gegner? Ganz normal, ja. Also so wie wir halt auch. Das ist nur ein 5% hier. Vor allem der Prime, der schenkt ja direkt rein, wenn er kassiert. Er hat sehr stark einen Low Rank. Mach, 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 mach. Oh Gott, zwei Main. Nice. Hast reingeschützt wieder. Hey, Gott. GG, Wippe. Aber Flash war gut, der hat reingedabbt. Der war, ich sag mal so nice. Mal gucken, wie es mit dem Renkelbänkel aussieht. Supreme. Oh, tatsächlich. Ja, also das waren zwei Globals da unten. Die haben sich nicht angefühlt, die Globals hing, oder? Scheiße. Aber win is win. Ja, klar. Das war nice, Jungs. Ich hab direkt ein Obo-Watch. Ich fahrt das nicht. Oha, die Pinks sind ja richtig hässlich. Hä? Wie geht's schon los? Ja. Oh, einer Close. Aua. Oh, nee. Weg, 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 weg. Ähm. Du bist aber cheated. Boah, ich weiß. Ach, du Kacke. Nee, du warst. Ah, pute auch. Das ist ein Full-Cheater-Lobby. Geil. Ich werde YouTube-Sorten. Ja, Bote.